Hats hier noch nicht aktualisiert hier? Der ist aber weg, der Pfeil! Hm... Gehen wir mal weiter. Dann benutzen wir eben unsere Skills aus Dance of Siege 1, da war ja auch eher so Wegfindung angesagt, anstatt einfach so stumpfen Pfeil folgen. Wobei, hier ist Ende. Ne, hier ist nicht Ende, hier ist ein Hebel. Oh. Ach so, deswegen verschwindet der Pfeil, weil hier schon ein Stern angezeigt wird. Oder das wurde noch nicht... ...aufgrund, weil wir in der Ebene dort drüber waren. Na... Nichts angezeigt ist... ...Stil... Ach ne, der Stern ist diese Plattform hier. Die andere Kammer des alten Azuniten-Schreins... Kommt mir vor, als wär das... Zuckel für... Okay... Das sieht mir nach einem Fight aus, der ein wenig länger dauern wird. Okay, hier steht jetzt das Sternchen, aber ich nehme mal an, dass wir... Ja, hier ist jetzt eine Schummeltür. Ich nehme mal an, dass wir hier erstmal alles anklicken, um das da hinzupacken, genau. Ich denke mal, das wird ein Fight hier auch noch werden, weil ansonsten hätte man sich nicht die Mühe gegeben, so ein großes Areal zu machen. Nehme ich mal an. So, der letzte... Punkt... Hallo, ich hab da raufgeklickt. Da ist... Da ist... Ne Map... Oder was ist das? Keine Person verloren... Ja... Ein... Silberner Spiegel... Interessant... Und ne Map... Und... Kein Fight? 1, Kapitel 8... Das verlorene... Das verlorene... Azoniten... Artefakt... Okay... Zumindest dürfen wir speichern. Das bringt uns aber auch nicht viel weiter. Aber zumindest... Machen wir das mal. Wie gespeichert. Jetzt haben wir hier irgendwie ein Spiegel bekommen. Ich... Weiß nicht, was das bringt. Aber der... Das ist zumindest interessant. Okay... Also wir haben jetzt hier natürlich ein Kapitel... Kapitel 8 von 10... Ähm... Hut... Achso, sucht das verlorene Gewölbe. So... Okay... Hier ist die Karte... Achso... Da sind wir irgendwie... Ähm... Ne... Was ist mit dem Spiegel? Olexion 44 zu speichern und laden von Multiplayer spielen. Speichern... Einer Gruppe Multiplayer... Speichern... ...eine Multiplayer-Sitzung laden... ...eine gespeichern... ...eine Multiplayer-Sitzung laden... ...eine Multiplayer-Sitzung... ...eine Multiplayer-Modus... Ja... Ja... Multiplayer geht ja Ihnen nicht. Also brauchen wir das auch nicht. Was ist denn jetzt hier mit... ...dem... ...teleporter? Erkennen... ...eine Teleporter verwenden... ...teleporter-Beschwören von Teleportern. Was uns auch nichts bringt, denn... ...allgemeine Steuern... ...ähhhh... ...achso, hier... ...die Karte... ...dolala... ...dolala... ...okay... ...das sind gesteuerte... ...wann sind... ...die Zyklen... ...hmhmhmhmhm... Die Hülle ist ein A-diagramm... ... ist ein A-diagramm eingezeichnet... ...das ist wahrscheinlich das hier, was sie meinen... ...aber das ist wahrscheinlich der Standpunkt... wo wir uns befinden, das ist dieser komische, diese komische, komische, diese Linien da auf dem Boden wahrscheinlich. Nehme ich mal an. Und was zu dem Spiegel? Karte von... Ach, das ist... Achso, okay, das ist die Karte da von... Bücher... Die stehlen da. Ah, das ist der Spiegel, wie habt ihr von... Ratsuniden schreien gefunden, nachdem wir hier stehen, dort auch... Nehmeh, vielleicht... Achso, gut, ich dachte schon, das wäre irgendwie so ein Gegenstand, wo wir dann irgendwie überall speichern können. Das wäre ja mal richtig Hammer, wenn man so einen finden könnte. Ich will einfach einen Teleporter haben. Hier ist irgendwo eine Tür aufgegangen, ne? Eine Tür ist aufgegangen, wo wir langgehen könnten. Okay. Hm. Sind wir richtig? Oder nicht? Hallo? Darauf. Darauf. Ich nehme mal an, wir sind ziemlich richtig. War da hinten vielleicht ne Tür, vielleicht so? Nein, war es nicht. Okay. Ja, ich nehme mal an, wir sind ziemlich richtig, weil, ähm, hier Gegner sind. LOL. What the fuck? Okay, Leute. Ähm, ein kleines Problem. Ich habe nicht darauf geachtet. Wenn ich jetzt auf Regenerieren klicke, wird das Spiel abschmieren. Das heißt also... Ja. Wir werden wohl nochmal von ganz vorne anfangen müssen. Also, wir sehen uns... Ich werde das schnell mal machen. Vielleicht gibt es irgendwelche Tricks. Bis gleich. Bis nachher. Also, tschüss. So, hallo und herzlich willkommen zurück. Ich habe es zum Glück noch geschafft, die Save Game Datei zu reparieren. Deswegen musste ich jetzt nur den Weg zurückgehen und nicht, äh, noch alles in vorne spielen. Äh, da ich ja wenig... Also, ich habe ein wenig, äh, also ich habe ein wenig Ahnung von der ganzen Materie, deswegen, also von Programmieren. Deswegen konnte ich das auch, ähm, sozusagen wiederherstellen. Das heißt, das heißt, das heißt, die Datei habe ich jetzt immer noch und, ähm, das Ding ist aber, dass die Datei schon wirklich ziemlich beschädigt war. Ich habe sie jetzt wiederhergestellt. Ich weiß jetzt aber nicht, was für Bugs alles wegen dieser fehlerhaften, äh, denn so wirklich komplett, äh, komplett, äh, original, beziehungsweise komplett, äh, richtig ist diese Datei nämlich nicht. Aber sie wird zumindest vom Spiel gefunden und geladen und zumindest auch, äh, nehme ich einfach nur das, auch wenn es nichts bringt, ähm, zumindest, also so benutzt, als wäre das eine richtige Save Game Datei, aber sie ist eben, äh, eigentlich gar nicht wirklich richtig komplett. Das heißt, es könnten Abstürze wegen dieser Datei kommen, es könnte Probleme, also es könnte Probleme, es könnte zu Problemen führen mit dieser Datei, ähm, müssen wir mal sehen. Was passiert? Bis jetzt läuft das aber alles ziemlich gut. Und, ja, brauchen wir mal, das bleibt so zumindest. So, aber jetzt wollen wir mal hier ein bisschen weitergehen und hoffen, dass irgendwann mal endlich so ein verfickter Teleporter auftaucht, weil, ich bin so weit gelaufen, das kannst du ja gar nicht glauben, scheiße das wäre, wenn ich jetzt einfach sage, okay, ich speichere und muss dann wieder in diesem Dorf anfangen. Das wäre richtig doof. Das kannst du gar nicht glauben, wie scheiße das ist. Da hinten ist noch eine. Spinne. So, jetzt wollen wir mal hier diesen, oh, da sehe ich einen Teleporter auf dem Bild, da sehe ich einen Teleporter da hinten, da sehe ich einen, die Maus wird nicht mehr aufgenommen, ich weiß, aber trotzdem sehe ich da ein Teleporter-Symbol auf der Karte. Das, ähm, freut mich. Freut mich sehr. Und wie ich mich kenne, wird gleich erstmal schön das Spiel abschmieren und, äh, wir müssen nochmal alles machen. Das wäre richtig scheiße. Ach man, diese ganz vielen kleinen, ja, auch in diesem Spiel gibt es einfach so Gegner, die ganz blöde platziert wurden. Oh, wir kommen den Teleporter näher, wir kommen den Teleporter näher, oh ja, wir kommen auch Gegner näher. Ja, und diese Standbild, oh klar, also, dass ich dann wirklich für einen Minimum-Moment, äh, 0 FPS habe, liegt auch an dieser Datei übrigens. Das sieht doch gut aus, also, der Teleporter, nehme ich mal an, dass er gut aussieht. Ist ja seinen Zweck erfüllt. Ich hoffe mal auch, dass, äh, das so ein Teleporter ist, der in dieses Teleporter-Netzwerk eingezeichnet wird, weil sonst bringt der mir nicht wirklich viel. Aber, äh, doch, ich denke schon, ich denke schon. Das wäre ja auch ziemlich blöd. Ich würde das Spiel verfluchen und nie wieder spielen. Genauso wäre das. Vor allen Dingen, weil ich das Spiel schon verflucht habe, aber das war ja meine Schuld, äh, dass es das Save-Game natürlich kaputt gemacht hat. Ich hatte ehrlich keinen Bock mehr machen, vorne alles zu machen. Aber... Es ging... Zum Glück ja noch gut. Ein zweites Mal, glaube ich, können wir uns das aber nicht erlauben. Da, das sieht genauso aus wie die anderen Teleporter, das ist ziemlich gut. Gibt so jemanden Teleporter aktiviert? Ja, das ist ziemlich toll. Man sieht auch so ganz leicht einen Weg auf der Map. Das ist auch sehr gut. Ach, jetzt wieder kein Mana. Kannen wir eigentlich so... Ne, dachte schon, mit Shift kann man irgendwie so den Begleiter befehlen, das aufzunehmen. Das geht aber nicht. Irgendwie müssen wir da lang. Aber wieso geht es nicht da lang? Ich finde das nicht gut. Ach doch, es geht da lang. Sehe ich gerade. Äh. Ich dachte schon, der Gegner hat keine Beschreibung oder so. Abonnieren, oder? Ich bitte. Ich bin ein W**terPERar. Hey. Ich bin ein W**ter. Aber ww. Ich bin, wo ich hier. Ja. water, roh'n motivation. Ich bin, wo ich die schmerzen, oder?